Also Hans einmal am Start, 20 Sekunden vor Mitternacht und wir schauen ob das neue Spiel freigeschaltet wird oder nicht. Es sind noch ungefähr 10 Sekunden und dann holen wir den Jackpot. Wir zählen runter. 5, 4, 3, 2, 1. So, da passiert nichts. Lustig. Kopier es mal. Aha. Fail. Ja. Also ich melde mich wieder wenn das Spiel freigeschalten ist. Jetzt mach halt. Start. Was ist das für Müll? Ich möchte jetzt hier Cash crashen. Also ich melde mich nochmal.